Vielleicht muss ich natürlich... ... ... ... ... ... Irgendwie sowas ja machen. Vielleicht hier? Ja. 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 Guck mal, ob er den mitnimmt. Ja, Tatsache. Nein, warte, war richtig? Ja, ich habe es geschafft. Wie hatte ich das denn, als ich da hingekommen bin? So, ne? Naja. Man muss ein bisschen mitdenken. Aber, ja. Das geht schon irgendwie. Bist du doof? Okay, und jetzt kann ich nämlich hier lang. Ah, das hat ja super funktioniert. Mensch, ich bin ein Profi in diesem Spiel. Aber ich meine, es hat Hüpfelemente. Natürlich bin ich da kein Profi. Hier war nichts mehr. So. Drittige Heimewerkstatt machen wir gleich. Ich habe gesagt, machen wir gleich. Ich habe ein paar Jahre lang, ich habe hier ein Sammelobjekt. Äh, sehe ich, ob ich eins verpasst habe. Oh, ich habe einige verpasst. Guckt euch das an. Hier. Piratenschiff-Handbuch-Schmierpunkte für die Walzenlager. Die Walzenlager sollten alle 80 Betriebsstunden gebaut und geschmiert werden. Alle Kartuschen und Dichtungen sollten gut geschmiert sein, inklusive der Bohrung, der Labyrinth-Dichtung und Grundlage. Okay, gut. Also, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Kann ich nicht eben hier noch was glitzern sehen? Nein, scheint nicht. Boah, habe ich viel verpasst. Das ist ja blöd. Weil ich mich doch eigentlich immer total umgeschaut habe. Hm. Ah. Ah, okay. Ich weiß, ob. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schau mal, ob das funktioniert. So, jetzt bin ich auf dem Balkon. Oh, gut, hat funktioniert. Oh! Nein! Eins zu früh. Das? Das war's für mich. Das war's für heute. Und das Flue. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Und zwar muss ich hier... Nein! Wieso bist du jetzt da rausgesprungen? Weiß keiner. Weil einfach darum. Vielen Dank.